Norddeutscher Rundfunk 2021 Du hast drei Schießen, dann hast du drei Aussuchen, die geschießen werden. Was? Zeppel? Alles. Alles und nix. Ich dachte, der geht direkt schon weg. Zeppel, komm mit Tonka. So sieht's aus. Mit dem Würfel. Komm, Decker Luisa. Hau das Ding da rein jetzt. Ich bin froh, wenn wir überhaupt einen Punkt machen. Ich bin froh, Alter. Und den Gymnastikball. Den haust du dir jetzt aber voll, Zeppel. Ja! Tor! Wie, Tor sind ich. Timmy, komm, Junge. Bist du zufrieden mit deiner Leistung, Sebastian? Ja, nicht ganz. Ein paar Punkte mehr hätten sein dürfen. Du hast nicht Go gesagt, Gustav. Hab ich. Go! Oh, der fliegt richtig gut, oder? Ich weiß gar nicht, woher ich ziehen soll. Risiko oder Sicherheit? Risiko, immer. Ah! 100. Links oben. Oh, ne. Als Tiff meint, nimmt man den Ziehball und nimmt man den Flach in die Ecke. Bitte? Ich glaube auch. Ich hab versucht, Tor. Ja. Wir können vielleicht die Besten in der ganzen Liga werden. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Oh, hab ich dir gesagt, flach! Der soll da flach sein! Bravo! Der fliegt aber richtig. Ja, sag ich dir. Ja? Der wickelt. Ich hoffe, ich treffe überhaupt das Tor. 100. 100. Machst du schon, machst du schon. Der fliegt nicht. Da musst du ordentlich Dampf dahinter. Ja. Flachpass. Auf die 50 Flachpass. Man lernt ja auch. Man lernt ja auch. Wie weich der Würfel ist, oder was? Ja. Da ist zu wenig Luft drin. Ja! Easy! Auf jeden Fall können wir schnell nicht mehr verlieren. Easy. Ich hab dir extra den Ball gelassen. Nein, aber ich glaub, der wird auch schwer. Ja, Risiko! Nicht, wenn du jetzt unten auf Sicherheit gehst, dann drehe ich durch. Ja! Ja! Das ist wegen Sicherheit! Tschüss, Patti! Tschüss, Patti! Mario, wir brauchen nur, egal, 30er. Oh, der Ball ist weg, oder? Ja, der Challenge vorbei. Ah, er hat noch einen. Risiko, oder? Ja, der Ball liegt aber nicht am 16er, wie bei mir, gell? Ein bisschen ein Stück zurück. Doch, der berührt die Linie. Was ist in Ordnung? Der berührt die Linie. Hey! Ja! 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 Nein, ey! Du, Mario! Wenn ich damit auch noch triffe. Ja, damit trifft er nicht. Ah! Mario, morgen gespielt, gell? Guck mal, der arme Mann muss nur einen Ball holen. Ja! Ja! Ganz stark! Hätte ich auch nicht gedacht, den letzten Mal. Ja, wir hatten das Problem, dass wir anfangen mussten. Und dann konnten die sich... Unsere Techniken und so abgucken. Ja, das ist alles. Genau. Die haben dann viel auf Sicherheit. Ich hab Risiko und dann haben die viel auf Sicherheit einfach gemacht. Das ist dann einfach zu gewinnen. Ja, wir haben schon ein bisschen was abgucken. Von Timmy, ja. Dass wir dann am Ende getroffen haben. Ja! 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 Ja!